Ich habe drei Wikifolios, die investierbar sind, die laufen gar nicht schlecht, darauf möchte ich aber nicht eingehen. Ich habe noch zwei Wikifolios, zwei besondere, die noch nicht publiziert sind, die einen quantitativen Ansatz verfolgen. Das heißt, ich kaufe jeden Monat eine neue Aktie und tausche sie gegen eine aus, die seit 20 Monaten im Wikifolio ist. Und das mit dem Value-Ansatz. Das habe ich für die USA und für Europa. Jetzt ist Dezember, ich suche zwei neue Aktien aus und dann haben beide Wikifolios 20 Titel. Und im Januar wird dann das erste Mal getauscht. Interessante Aktien, jetzt zeige ich euch, die in der Auswahl sind. Dann entscheide ich mich für die beiden, die ich hier kaufe. Los geht's. Dazu habe ich mir hier einen Stock Screener gebaut. Ich bin noch nicht so sicher, wie ich genau die Aktien screenen will, die hier eben vorwiegend quantitativ ausgewählt werden. Also ohne große Aktienanalyse. Ich zeige euch jetzt, was ich habe und ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr vielleicht noch für Ideen zum Screener habt. Ich habe jetzt 5 Jahre Durchschnittswachstum, mindestens 5%. Genauso Earnings per Share sollen in den letzten 5 Jahren um 5% pro Jahr gewachsen sein. Price to Free Cash Flow maximal 10 und eine Pack Ratio von maximal 1. Zudem die Market Cap mindestens 500 Millionen. Da kann man jetzt auch noch weniger machen, habe ich jetzt mal so ausgewählt. Und da schauen wir erstmal in die USA. Da kommen 38 Aktien. Die Nummer 1 ist hier Dorchester. Ich habe hier absteigend sortiert nach Return on Invested Capital. Das habe ich euch jetzt glaube ich unterschlagen. Das habe ich nicht gefiltert, aber ich zeige es mir an. Genau so habe ich es gemacht. Also absteigen. 73%. Dorchester Minerals ist jetzt nicht so wirklich was für mich, denn hier ist das Problem, dass fast der gesamte Free Cash Flow als Dividende ausgeschüttet wird. Und in Wikifolios kann ich keine Dividende von US-Titeln erhalten. Also fallen die hier weiter raus. Ich habe die Liste weiter durchgeguckt. Einige wie International, Money Express und AdCore, die ab Platz 32 sind, habe ich schon im Wikifolio USA quantitativ. Deswegen geht es jetzt hier weiter. Interessant. Academy Sports & Outdoors vom Kurs gar nicht mal so tief. Sie haben ein relativ gutes Return on Invested Capital, obwohl es sinkt. Der Free Cash Flow sinkt auch leider. Schauen wir mal in die letzten 12 Monate. Der Umsatz geht etwas zurück. Der Gewinn zuletzt ungefähr 500 Millionen. Wir haben eine Market Cap von 3,5 Milliarden. Free Cash Flows relativ stabil. Aber auch hier sinken die Return on Invested Capitals. Also Geschäft wird etwas schlechter. Konsumaktie ist hier in der Auswahl mit einem KGV von 7,6. Möglicher weiterer Kandidat ist Steel Partners Holdings. Da sind wir aber vom Kurs schon recht hoch. Free Cash Flows sind relativ unkonstant. Selten positiv. Return on Invested Capital ist hier meistens höher als die Kapitalkosten. Also die wären auch raus. Dann Archer Daniels Midland. Eine interessante Aktie. 52 Dollar ist jetzt hier der Kurs. KGV 15. Die haben relativ viele Schulden. Der Free Cash Flow war die letzten drei Jahre positiv. Sonst aber lange Zeit negativ. Die schütten auch eine Dividende aus im Moment von fast 4%. Auch die kann ich hier leider im Wikifolio dann nicht vereinnahmen. Und auch das ROIC nicht wirklich so gut. Also Archer Daniels wahrscheinlich auch raus. Schon ganz oft angeguckt. AMN Healthcare Services. Einer der größten Personaldienstleister im Medizinbereich in den USA. Wir sind hier fast auf 10 Jahre tief. Jetzt mit 28 Dollar eine Milliarde Market Cap. Die haben 444 Millionen Gewinn gemacht im Jahr 2022. Davon sind sie jetzt entfernt. Und wir sehen hier eben was das Problem ist. Die Umsätze sinken stark. Was man positiv anerkennen muss. Sie schaffen es trotzdem noch minimalen Gewinn zu machen. Machen also keinen Verlust. Und hatten trotzdem im letzten Geschäftsjahr 50 Millionen Free Cash Flow. Bei einer Milliarde Market Cap. Die Schulden sind relativ hoch. Return Invested Capital sinkt. Natürlich weil der Gewinn sinkt. Sie haben hier schöne Aktienrückkäufe gemacht. Teilweise über 5% pro Quartal. Leider in 2024 kaum Aktienrückkäufe. Der Vorteil ist hier auch wenn das Geschäft schlecht läuft. Machen sie keinen Verlust. Aber im Moment läuft das Geschäft nicht gut. Könnte aber natürlich sein, dass es dann in 20 Monaten wieder besser ist. Also werde ich mich jetzt hier entscheiden müssen zwischen AOS, Academy Sports & Outdoors, Archer Daniels Midland und AMN. Und ihr merkt schon, dass jetzt einfach auch in so einem Marktumfeld es mir relativ schwer fällt, attraktive Cigar Buds zu finden. Ich finde eigentlich gar nichts. Langfristige Investments eher noch. Aber Cigar Buds fällt mir schwer. Aber so ist hier der quantitative Wikifolio Ansatz. Jeden Monat kaufen. Tja und was nehmen wir jetzt? Schauen wir vielleicht nochmal auf die Verschuldung. Also bei ASO ja im Vergleich zur Market Cap relativ in Ordnung. Archer Daniels Midland vielleicht auch. AMN. Ja also niemand hat hier wirklich geringe Verschuldung. Hier wie gesagt ist der Vorteil, dass sie überhaupt noch Geld verdienen und keinen Verlust machen. Auch wenn hier der Umsatz immer weiter sinkt. Wer weiß, wie es hier weitergeht in dem Geschäftsbereich. Archer Daniels hat auch eine recht geringe Marge. Zahlt eben die Dividende. Und hier haben wir eine kleine Dividende bei Academy Sports & Outdoor. Aber auch ein Umsatzrückgang. Allerdings hier auch wieder Aktienrückkäufe. Schaue ich mal in die letzten Quartale. Hier haben sie wieder pro Quartal 2,3% der Aktien zurückgekauft. Ich denke fast, ich werde jetzt Academy Sports & Outdoors kaufen und die 20 Monate halten für mein USA Quantitativ Wikifolio. Das gleiche habe ich jetzt noch gemacht für Europa. Da kommen ja ein paar russische Aktien, die in Italien gelistet sind. Das ist uninteressant. Betzen habe ich schon. Euro-Price habe ich schon. Und die nächsten beiden hier mit einem Militärn und Invested Capital von 12% ist Sto oder STO. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber selbst wenn ich das nicht weiß, macht das das Investment nicht besser oder schlechter. Nur mal so. Und Energiekontor. Energiekontor habe ich jetzt im privaten Portfolio. und dem Sigabat Wikifolio. Die sind also hier beide Kandidaten. Schauen wir erst mal bei STO. Vom Kurs her hatten wir schon niedrigere Kurse hier von 84 Euro. Jetzt 104. Aber ihr seht am Chartbild schon gut gefallen. Corona-Glocke nach oben ist bei vielen Aktien vorbei. KGV 12, die sind ja Hersteller von Baumaterialien. Products & Systems for Building Coatings. Coatings ist also Beschichtung. Aber das wird vorwiegend auch im Gebäudebau genutzt. Und dafür, dass sie Hardware verkaufen, haben sie eine super Bruttomarsche von 54%. Sie haben über die Jahre hinweg ein durchgehendes Return Invested Capital von eben den aktuell ungefähr 12%. Wir haben so ein historisches Mittel im Pre-Cash-Flow, der leider nicht wirklich stark steigt, von so 50 Millionen. Die Market Cap ist 667 Millionen. Langsam aber stetig steigende Umsätze. Können wir uns mal das Umsatzwachstum hier anschauen. In den letzten 10 Jahren ungefähr 5%. Das ist vielleicht auch das, womit man in der Zukunft rechnen kann. KGV jetzt 12. Relativ wenig langfristige Schulden. Schön Cash. Und es gibt hier im Moment noch eine Dividende von, hier steht jetzt 0,3%. Das ist nicht viel. Also die sind interessant, sehen solide aus. Energiekonto habe ich schon in meinen letzten Videos vorgestellt. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Da gibt es jetzt gar nicht mehr so viel mehr dazu zu sagen. Die hängen natürlich von den politischen Rahmenbedingungen ab. Auch von Subventionen. Der Baumittelhersteller hier auch ein bisschen. Hier könnte der Katalysator sein, dass hoffentlich die neue Bundesregierung dort die Hindernisse zum Hausbau, zum Wohnungsbau senkt. Und alles was dazu gehört, die Rahmenbedingungen einfach verbessert. Deswegen ehrlich gesagt kaufe ich jetzt hier STOSE in das europäische quantitative WG Folio. Ich hoffe für euch war es interessant, jetzt hier mal diese Aktien zu sehen, die ich ausgewählt habe. Schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr im Screener vielleicht noch anders machen würdet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.